Wann wird die Rente im Monat März 2023 ausgezahlt? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ich habe ganz, ganz viele Anfragen erhalten zum Thema Rentenauszahlung im Monat März 2023. Wir haben heute den 31. März 2023, wo ich dieses Video drehe, was ich aller Voraussicht nach auch heute noch veröffentlicht werde. Die Antwort ist relativ einfach. Heute werden, nach den gesetzlichen Vorschriften, ist heute der letzte Bankarbeitstag im Monat März 2023 auch die gesetzlichen Renten ausgezahlt. Also müssen Sie sich im Normalfall gar keine Sorgen machen. Die meisten von Ihnen werden heute schon im Zeitpunkt des Videodrehs, jetzt ist es circa 11 Uhr vormittags, Ihre Renten schon auf Ihr Konto gutgeschrieben haben. Oder aber im Laufe des Tages, also am heutigen Tag, dem 31. März 2023, die Renten gutgeschrieben bekommen. So ist die Regel. Letzter Bankarbeitstag im Monat März 2023, Rentenzahlung für die vorschüssige Rente und die nachschüssige Rente. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.